So, beide schenken sich gar nichts. Sue wieder mit der Bogentaktik. Timmy aber auch! Alter, jetzt werden die Beine... Oh mein Gott, das Schild ist gebrochen von Timmy. Sue haut jetzt die ganzen Kritz rein, weil Timmy kann gerade nicht blocken. Sehr, sehr schön. Ganz easy. Und da kommt der Bogenschuss! Bam! Und der Bogenschuss! Bam! Das Wasser ist jetzt... Von wem wurde das Wasser gerade gelöscht? Und iss mein Freund! Timmy ist gerade, glaube ich, 1HP, so wie es sich gerade anhört. Ah, verdammt, ich krieg das nicht hin. Ich geh mir einen Gold ab und beende das jetzt! Nein! Es reicht jetzt! Warum ist er so strong? Oh mein Gott! Timmy, Junge! Oh mein Gott! GG!